Bereits zum 13. Mal fand am vergangenen Wochenende in der Sporthalle an der Haarenesstraße der Oldenburger Dance Contest statt. Über 1500 Teilnehmer aus der ganzen Region Weser-Ems sind angereist, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die kleinste Teilnehmerin war gerade einmal fünf Jahre alt. Nach jedem Auftritt vergab eine unabhängige Jury aus vier Kampfrichtern Noten in den Kategorien Choreografie, Kostüm und Schwierigkeit. Vor der Siegerehrung am frühen Samstagvormittag kamen noch einmal alle Tänzerinnen und Tänzer zusammen, um gemeinsam einen einstudierten Flashmob zu tanzen.